ja morgen sehen so nicht lange schlanken hier wir gehen gleich in die schlacht mit der russ natürlich wieder mit wem auch sonst hallo gut dann suche mal und finde mal und mache mal und dann können wir und dann gewinnen ganz einfach wenn ich sagen wir die wind in den wind war keine andere wahl aha mit boote auch schön ich weiß gar nicht habe ich schon mal gegen boote habe ich schon mal ein boote versenkt noch mal sehen gut als erstes gehe ich natürlich hier mit otto kann die schlacht weil der muss noch am meisten wahnsinn wäre ich jetzt nicht drauf gekommen der muss ja noch am meisten erforschen gut ja ja mal ein bisschen langsamer werden hallo treff ich auch mal ja ist ja gar nicht so einfach mensch ja ziel unbeschädigt gut wir kommen da irgendwie nicht ran so richtig ne kann das sein so ohne bomben und so na gut gucken wir uns mal ein paar flugzeuge vom himmel ja ha das war meiner gut gehen wir mal ein bisschen weiter ja wollte ich mal sagen der ist auch weg ja super na sicher sicher super ja 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 wir kriegt mich alle nicht nein nein kriegt ihr nicht was sind wir was soll denn da sein Oh, 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 ooh, oh, 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 die wehren sich ja und sagt mir keiner Bescheid, dass die sich wehren Äh, wo können wir denn noch hin ? Hey, bleibt nochmal in Ruhe, Jungs all die wohnziele die sind ja mal richtig hart heute war das fisch war in ruhe ach welche tasse roms kommen den heim noch mitgekriegt oder sicher gekriegt sie ist das war geplant das musste so sein gleich mal in der schlacht hier der hat auch noch keine bomben aber die letzten beiden wir haben ja bomben und dann kann man damit die bombe ist ein bisschen rum bomben und denn dem ist eine bombe und dann jeden jedenfalls firma schon mal so eine arsch weit weg man das alles so weit weg hier heute ewig bis ich da bin ich komme ich komme ich komme ihr seid doch alle hinter dem berg oder alter wie viel kommen denn da jetzt komm man ja ja kannst du mal bitte ja stirb so du kleine sau sieht irgendwer irgendwo in ich sehe keinen gut hätten wir die hoch da kommt noch ein feind na sicher machen wir kein ding immer mal ein bisschen auf wohnziele jetzt kommen die holen wir uns tschakalaka hier kommen feine das ist nicht schön und man hier mhm wollt ihr hier ihr spackos das sind noch mal viele weg 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 ok ok wen schnapp ich mir ich nehme mir den da vor oder oder hat der jetzt schon einen freund hat der schon einen freund ne der hat noch keinen freund guck wie schön es auf einen warten hier hier der hier deiner beschossen jungs jungs nicht so ich kriege ich scheißegal den hat er auch verbunden ja ich falle auch schon auseinander ihr könnt aufhören mit schießen guck mal ich hab gar keinen hinterm mehr ist auch schon kaputt schlug so nehmen wir den ja gleich war der ehe fast das gleiche muss das dann haben wir ein bisschen anders ist aber sonst ist es gleich haben natürlich zwei bomben mit sind zwei bomben typen und einmal drehen und einmal so drum drehen gut na guck mal 12 zu 23 das sieht doch gut aus brauche ich die bomben gar nicht mehr wir haben die roten überhaupt keinen schneit gegen uns ne wenn du das siehst du hast einen im visier zack weg ist er abgeschossen weg siehst du sag ich doch ach ist das langweilig wo ist die basis wir gehen mal auf die basis wir haben doch hier zwei bomben mit oder gehe ich auf bonziele ich weiß es noch nicht basis bonziele ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht was sind diese kleinen punkte das müsste mir mal einer erklären das weiß ich noch nicht das habe ich noch nicht rausgefunden was diese kleinen dinger hier zu sagen haben ob das mannequins sind aber das können keine mannequins sein oh oh wir versuchen mal ganz heimlich unter den durch zu tauchen so ganz knapp über dem boden lang zu huschen naja meine leute die verteidigen mich das sieht doch schon mal gut aus so können wir noch ein bisschen höhe holen weil ich glaube die bodenziele die werden sich ja wir werden auch siegen du musst es sehen aber trotzdem man muss ja aufpassen hier ein paar flachs naja man muss doch höher fliegen okay das habe ich jetzt gelernt sie brennt aber bringt mir nichts aber was soll es ich weiß es ist jetzt nicht toll spannend aber man muss ja mal alles ausprobieren man kann ja nicht alles wissen vor allem ich nicht aber wir gewinnen eigentlich war ja mein plan dass ich zur basis fliege und da meine bomben fallen lasse aber da kommt man nicht durch da musst du ja super hoch anfliegen damit die flachs gar nicht erst rankommen gut 5 zu 17 naja versuchen wir uns mal noch ein flugzeug zu krallen die feine scheinen keine flugzeuge mehr zu haben so mein motor ist leicht überhitzt man hört es ne wie er rasselt und klappert und klingelt und jetzt geht's wieder ach man leute das geht doch jetzt nicht das könnt ihr jetzt nicht tun ach man das ist doof ach man könnte ich doch meinen können gar nicht richtig zeigen na gut aber jedenfalls werde ich ein paar forschungspunkte sage ich doch erreicht haben hier haben wir schon mal wieder dings kaufen natürlich hau in die scheiße also hat der weiß jetzt auch bomben drunter oder wie oder was oder warum oder aber gleich sehen wir können ja gleich doch kriegen ja hier ganz hoch oben den kompressor duftet ding dann ist ja auch ein bisschen schneller also der hat jetzt ein kompressor kriegt ja wenn ich das richtig ist ne genau derzeit kompressor kriegt nächstes kriegt er neue flüge das muss man ja alles hier der hat auch noch andere das sind sind das torpedos raketen aber das sind alles keine ja ungelenkt raketen die ganze so offen feind schießen aber da damit treffen ist ne ja ist sehr leicht so jetzt haben wir bomben jetzt können wir dem auch schon mal wieder zwei bomben mitgeben haben wir schon mal den dritten mit bomben der hat zwar das mg noch nicht aber das wird auch noch kommen im nächsten flug gut die anderen beiden haben ja alles da dürfte ja nichts dazu gekommen sein da ist ja auch nichts weiter da ist alles schön kann ich mal ganz kurz was gucken okay die haben ja auch alle die super munition dafür gebe ich ja geld aus aber ich habe ja noch gut dann war es bitte heute für diese hier und dann sind wir uns in der nächsten folge wieder und ich sage mal wieder tschüss vielen dank für zuschauen bitte 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 bewerten nicht vergessen und dann bis dennne dann ähn ähn